War easy, du. Junge, alter, geil. Hi, Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, und wir zocken heute... Fortnite. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Like da. Ja, und abonnieren nicht vergessen. Ja, und ich hab grad hier den Anfang vorhin nicht aufgenommen. Also, ja, ich hab halt die Aufnahme am Anfang, wo ich die Begrüßung machen wollte, dachte ich, die läufte schon, aber die war exakt beendet. Also ist meine Aufnahme automatisch im Spiel, aber am Anfang gestartet. Also, werdet ihr gleich das Ergebnis sehen, wie auch immer. Ja, ich hab nichts mehr zu sagen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich könnte ja auch dahin gehen, aber das wäre irgendwie dumm, oder? In die Richtung. Na, ich hab noch Zeit, bis der Sturm kommt. Oh, so, wenn ich jetzt mal... Warte mal. So, wann ist hier noch ein Viertel? Äh, hier noch so ein Hausviertel. Ich schleiche mich aber besser an, weil vielleicht könnten dort Spieler sein. Ich glaube nicht, weil da liegen noch Items. Und im Haus auch. Nee, hier ist kein Spieler. Oh, ein Sturmgewehr, meins. Nein. Komm schon. Komm, ich mach das jetzt mit dem Dings. Alles klar, super gebaut. Und ich hab sogar auf der falschen Seite gebaut. Äh, ein Sturmgewehr, den ich schon habe. Und noch ein bisschen Holz und Material. Schnell, ich loote das Haus, äh, bis der Sturm kommt. Wieder Munition für mich. Ein Medikit. Ah, verdammt. Tausche ich gegen die Pistole ein. Wieder ein Sturmgewehr mit Munition. Und wieder Munition für mich. Schon viel Munition für das Sturmgewehr. Und jetzt sollte ich mich besser beeilen. In die falsche Richtung zu gehen. Genau. Äh, ich baue das Auto besser nicht ab. Sonst hört man mich. Okay. Der Sturm ist schon unterwegs. Und da ist mein Viertel, den ich schon geholt habe. Ich nenne es einfach mal Viertel. Ich bin halt nicht so gesprächig, weil ich muss ja hören, wo geschossen wird und sowas. Ist da was? Oh, hier war schon ein Spielraum, hat die Kiste geöffnet. Warte mal, da war ja eine Schrotflüte, die könnte ich doch mitnehmen. Ja, die nehme ich mal mit. Ne, ich will, dass man halt die Schrotflüte auskommt. Da war der Typ auch schon. Aber ich bin schon in der Border. Der wartet bestimmt. Hab ihn. Zum Glück, äh, zock ich auf Solo. Und hier ist die neue Sprungfalle. Oh, der hat einen Sniper mit dabei. Ein Medikit. Ein blaues Sturmgewehr. Mal Sniper Munition. Oh, eine blaue Schrotflüte. Die nehme ich gerne mit. Und die Sprungfalle brauche ich nicht. Er hatte wirklich eine Sniper dabei, Alter. So ein Lacker, Alter. Und was liegt da? Hier wurde, glaube ich, auch einer gekillt. Ach so, ja, hier. Ist ja eine Treppe, hier war jemand. So, jetzt muss ich besser aufpassen. Oh, ich dachte, dieser Busch da hinten, und der da wäre ein Spieler. Aber man kann sich ja als Busch verkleiden. War dort schon einer? Äh. Ja, da war schon einer. Schade. Ich muss hier vorsichtig sein. Oh, ich habe 120 Muni in meiner Tasche. Da hat auf jeden Fall auch jemand gebaut. Ich laufe besser so, weil, da höre ich, äh, besser und sowas. Und da kann ich mich auch besser umgucken. Ich muss aber in die Richtung. Da läuft ein Spieler. Ich habe einen gesehen, glaube ich. Mann, Alter, wie ist er die falsche Waffe? Habe ich mir wirklich nur getäuscht, oder war das ein Vogel? Ja, ich habe mich, glaube ich, getäuscht. Okay, sollte ich mich jetzt besser beeilen. Oh, die ist ja weit weg, die Border. Ich muss ja auch noch durch den Ludwig laufen. Ich gehe aber trotzdem aus, weil es ja auch viel schlau ist. Er ist kein Spieler. Wir haben wieder nur einen Busch. Es ist kein Spieler. Ich hasse es, es ist ein Schaden zu kriegen, aber es hat bestimmt jeder. Oder wird geschossen. Scheiße. egal durch einfach durch ein gewöhnlicher vier umgeschossen egal ich hab drei medikl so würde doch reichen da gibt es nicht, da ist jetzt ein Hügel alter lauf doch schnell war easy du Junge alter geil ups der nämlich hat den Medikl somit und ich halte mich jetzt besser Junge bin ich auf einmal für ein guter Spieler geworden Jörg streben Goyle zwei Spieler hintereinander gekillt doch ein Wunder und er hat auch eine Schmerz mit dabei hatte er mit dabei Nö oder ne achte der hatte eine Falle die nehme ich mit so was hatte der Feines mit dabei er hat einen Granatwerfer mit dabei ne die Granatwerfer kann ich vergessen ne ich hab gute Waffen dabei die brauche ich auch oder ich tausche diese Waffen gegen eine Idee die Schofen der gegen die Dings ein mache ich einfach jetzt hatte ich mich besser beeilen da wird auch gebaut und da sind zwei Lootboxen ich verstecke mich mal kurz hinterm Baum ok da oben wird geschossen ok da oben wird geschossen jo die werden da oben geschossen ja da ist wirklich jemand drinnen Junge aber das ist wirklich ne geile Runde und da oben ich habe das eine und das ist wirklich und die 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 Sachen unter fliegen ja ja die 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 sie die 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 also die der lootbox die lootboxen geschnappt und haben keins üblich gelassen ich hab ja fast kein schild mehr das ist scheiße da hat bestimmt niemanden Schilddrang übrig ich bleibe jetzt so lange hier bis die Border also die er der Sturm losgeht ich würde die Altensten einzumeln aber ich traue mich irgendwie nicht weil hier könnten überall Spieler sein aber es sind nur noch sechs Spieler übrig die Euro ich trau mich trotzdem nicht auch Spieler hab ihn getroffen oh der geht los nein 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 verdammt aber er war ich schon eine gute Runde ich hätte den Armer gekriegt na los mach hin du schnapp meine items damit du schon gewinnen kannst du hast was vergessen nämlich die die epische Waffe und du hast fast kein Leben mehr du man ich hätte den Fass gekriegt diesen Typen der hatte nur noch 18 Leben jetzt muss er sich erst mal heilen und sowas aber er war echt schon eine gute Runde jetzt muss ich erst mal nachschauen wie lange ich schon aufnehme ich bin um die Lohnung einsamen morgen stopieren ich bewege mich jetzt besser nicht weil die Tiefel links direkt neben mir Jo der ist wirklich hier links neben mir und ich愿 dich Hoffentlich kommt er jetzt hier hoch Easy Ja, Nussleiter hatte er auch dabei Ja, aber es fängt schon mal gut an Hoffentlich war hier noch keiner Hoffentlich war hier Waren hier nur zwei Spieler, die ich jetzt analysiert habe Ich sehe aber bis jetzt noch gar keinen Man kann übrigens mit dem Basketball da hinten spielen Man kann den zwar nicht hochreben, aber man kann den bewegen Ich glaube, hier ist wirklich kein Spieler Hier ist doch verbannt und sowas Nein, keiner da Das will ich auch mal hoffen Hier liegen noch Granaten für mich Mehr brauche ich hier eigentlich nicht Ich kann jetzt schon hier abhauen Aber ich bin ja schon in der Border Ich bin immer zu diesem vergrüppelnden Haus Da kann ich mir, also da kann ich ein bisschen kennen Hoffentlich ist hier kein Spieler mehr in der Nähe, Alter Ja Aber ich gehe erst von meinem Camperplatz bis der Sturm direkt vor mir ist So hinter der Kiste Und da oben ist ein Klo Lohle Da steht einfach ein Klo da Einmal Campo Campo Wenn ich mich so ganz langsam so hin und her so langsam bewege, dann hört man meine Schritte nicht Also so hier, wenn ich den Bildschirm so drehe Dann hört man fast meine Schritte nicht Ja, ich hatte schon gut geraten, da ins Gefängnis zu gehen Und da kommt schon der Sturm Der kommt schon näher und näher Ja, ja, da wird immer schneller und schneller und jetzt soll ich besser loslaufen Okay, dran, bin drin Oh, da wird geschossen Oh, da wird geschossen Ich stelle mich mal hinterm Baum Da sieht man mich gar nicht Direkt hinter mir ist sie, äh, ist der Sturm Ich werde jetzt aber so lange, bis nur noch eine Minute Zeit ist Oder 35 Sekunden Das ist doch ein guter Plan, oder nicht? Aber unter diesem Baum ist ein gutes Versteck, das sieht man nicht gar nicht Also fast gar nicht Gau mischt Egal Aber ich nehme schon Über eine halbe Stunde auf oder so, keine Ahnung Aber ich werde so manche Stellen rausschneiden, die zu lange dauern und dahinten müssen Spieler Da war ein Spieler Ne, das war bloß dieser Blitz ist ein Blatt oder so Ich laufe besser geschniegt weiter Weil, da könnte, äh, ich gehe Der Spieler könnte hier überall sein und hier liegt Munition Aber ich glaube, das brauche ich für meine SMG nicht Oder warte, schnell Ich nehme sie jetzt einfach schnell Doch, die brauche ich doch, okay Jetzt muss ich rennen Jetzt muss ich um mein Leben rennen Sonst kann ich langsam rennen Der Spieler ist hier irgendwo Ich höre Ich höre Da ist er Ich höre Ich höre Ich höre Ich höre Ich höre Der Hinten ist er Der baut sich da hinten hoch Mal gucken, was er macht. Wo er sie jetzt sind? Dein ist auch irgendein Spieler, weil ich hier einen Schuss gehört habe. Das habt ihr bestimmt auch gehört. Ah, da hinten ist er. Dieser Typ. Okay, Leute, ich muss jetzt langsam gehen, weil der Sturm schon bald kommt. Okay, der wird geschossen. Ich habe keinen Schaden gekriegt, das ist gut. Ich habe keinen Schaden. Ich habe keinen Schaden. Ich habe keinen Schaden. Ich habe keinen Schaden, der hier ist. Ich hatte noch einen Schaden. Da ist ein Schaden. Ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schaden. Wir haben einen Schaden. Wir haben einen Schaden. Die sind über die Schaden. ach da hinten ist der spieler schreit okay achte hinten ist noch ein Spieler ich muss mich kurz ich musste mich ja konzentrieren ja und so weiter ja das war's mit der Konzentration ah zwei gute Runden exakt geile Runden extrem nice okay da würde ich mal sagen das war's mit dem Video ja gebt einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und mich würde ich sehr freuen wenn ihr mich abonnieren würdet und wir sehen uns im nächsten Video vielleicht fortnight ja